jo was geht youtube und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video seht ihr ein weiteres kleines neues projekt von mir und dem sehr gehärten somag lp genau meine lieben freunde hallo auch von meiner seite aus das spiel wird natürlich ganz und vollkommen blind sein für ein paar stunden mehr oder weniger ja genau also wir wissen fast nichts in diesem spiel wollen aber trotzdem mal ein bisschen spiel wir haben aber schon was rausgefunden wenn wir hier das tor schön öffnen und dann der gute da waren oder atta branl oder machen marokkise keine ahnung hier einstellt und wie das vorzumachen dann kann ich schon weiter fliegen ich habe keine leider kein fuel aber das spielt ja keine rolle wir sind hier nämlich irgendwie beim abbauen wir haben noch ein bisschen das problem ist eigentlich gar kein problem aber wir haben noch irgendwie mit dem schiff kommen wir noch nicht klar weil wir uns hochbeamen werden wir uns in man muss irgendwie immer den anderen kollegen sein schiff hochbeamen lassen irgendwie so war das doch oder naja einfach hier links klicken wenn man hier auch zeigt mal meinen kollegen hier so der atta waren wenn wir hier beam to ship klicken dann geht es dahin aber ich will ihn natürlich nicht make a lead das kann ich auf jeden fall gar nicht machen remove das würde eher passen aber das lassen wir auch einmal dann wäre das display nämlich zu ende naja okay also so ich gehe jetzt erstmal zurück auf mein schiff einmal runde auf die erde da hat er schon ein schiff vor mal auf so was hast du bei deinem schiff schon nichts oder ne ne habe ich doch die 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 sachen hier im slot irgendwie was haben wir denn hier so schön ist broken phoenix sword weißt du schon wie man das schwert irgendwie aktiviert quest complete ja du links also zwei also du drückst einfach zwei wenn ich habe zum beispiel auf der zwei und dann kannst du mit einer linken maus hast du wenn du das links hast mit dem schwert zuschlagen ja aber ich meine man kann ja auch mit der leiste l und er besetzen und wenn man es auf l oder er schmeißt dann wie hat man ja wenn du es jetzt zum beispiel auf l schmeißt in die richtung l also neben links neben l ne und zum beispiel zwei drückst bei mir ist es auf zwei dann hast du das schwert ausgerüstet und wenn du dann links klicken links neben links ist verstehst du ja genau also man wechselt zwischen der lampe und also bei mir jetzt zwischen lampe und dem schwert okay gut haben wir das nächste schon verstanden und wir haben jetzt eine coole lampe mit der wir uns beleuchten können das sieht echt aus wie ich gerade struller da sieht ein bisschen wir müssen das video noch zensieren wenn du weitermachst okay was ich noch sagen wollte du hast noch hier so einen matter manipulator also also das ding hier der tech oder was nee das ist ja ein chip locker und die jetzt das tech gedürzt damit wir irgendwie wir können hier 3d drucken machen irgendwas 3d drucken gehen super duper und ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll also viel da müssen wir halt kohle reintun und mit dem ich bin das licht ich bin das licht ich weiß dass ich jetzt schon ausgerüstet oh gott oh gott das ist da und leider gottes na gut wir müssen in diesem spiel natürlich es ist ähnlich aufgebaut irgendwie minecraft außer dass man bei jedem neuen update von vorn anfangen muss und nicht wie bei minecraft wenn man das minecraft paket löscht von neu anfangen muss also man schenkt bei jedem update wieder von vorne an juhu danke liebes starbound team naja ich glaube wir haben ja kein fuhr keine kohle hast du kohle 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 schuppdi du nein aber wir müssen erst mal runter denn ich habe schon ich auch heilige scheiße ok treten und kommen wir an gleich noch an ja ja das ist revolutionär sag ich ja ne guck du wählst jetzt mal ich kann nichts auswählen ich schon ich muss eine sound er gibt mir so auf den keks ich kann gar nichts ich kann mich auch nirgendwo mehr hin teleportieren aber ich habe irgendwas falsches gedrückt wie was ich sehe dich ja das ist mir schon klar dass du mich noch siehst aber ich kann nicht mehr ich kann nicht mal mehr escape drücken aber du solltest doch jetzt ab irgendwie taskleisten mäßig irgendwas abbauen können also oben wenn du 1 2 3 ich kann mich noch nicht mal mehr bewegen ja ich werde jetzt mal den baum gemacht das bei mir gibt es in der zwischenzeit mal einen ganz kleinen cut wir sehen uns ja nachher wieder wenn die probleme behoben bei mir gehen die probleme dann noch weiter so sieht es aus was ist das für ein baum ich habe ewig hunger meine fresse normal ist ich will nicht ach der ist natürlich gegangen hallo hallo du bist ich bin noch da ich dachte noch mal kurz spiel können nicht gestartet werden das ist ja eine sache ja und schon in der ersten folge scheide geschehen eigentlich müssten wir jetzt neu starten aber weißt du was life is a shit meine lieben freunde life is a shit das was ich jetzt alles sagt kommt bei mir gar nicht mehr das ist bonus material bonus cheater mäßig ist eigentlich wie okay wie jetzt ist das regen ich bin fast gestorben ich bin tot na scheiß regen okay leute da ist immer wieder der sommergillp ist gerade schon am sauren regen gestorben das ist natürlich schade aber er müsste mich jetzt mal wieder einladen genau ähm so ach ja jetzt geht mal hier so ja ja kann man gleich mal beamen zu seinen chip so und wir gehen ne komm komm wir gehen mal lieber auf mein chip weil da gibt es nämlich auf der erde nämlich keinen sauren regen ach so na dann beamen zu chip tschüssi ja wir sind hier also ich muss nicht mal runter gehen ach wir haben auch hier unten die erde das ist ja super duper voll cool ja ich bin dein vater ich will den punkt fangen ich will den punkt fangen ich will den punkt fangen okay ich will sagen wir nehmen uns mal runter oh das ist aber geil in dieser welt also kannst du okay jetzt kann sich gut bewegen alles super duper ich glaube starboard ist aber ich ah zum glück dachte schon ey scheiße jetzt wirst du abgekratzt weil du dich nicht bewegt hast alles in ordnung alles in ordnung okay wir sind auch zwei gleich ich partner oder aus dem gleichen stamm habe ich das gefühl also ja könnte sein dass wir brüder sind ne das kann aber will ich eigentlich gar nicht nicht der fall sein mein holz mein holz nein 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 mein holz mein holz vieriger schlund mein 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 ahaha 6 pixel ui du stehst du mir erstmal den ganzen krankschild ähm ich würde sagen lass mal steine bauen weil da kann man uns dann nämlich hacken machen ich habe gesagt auch keine ahnung links seht ihr schon so ein ist das so ein eumel keine ahnung was es ist es sieht aus wie wenn ich das sag müssen wir das video zensieren wieso sperma ne also ich bin ja FSK 18 schon längst drüber muss man ehrlich zugeben ach ich bin noch knapp drunter sehr knapp dieses jahr habe ich mit zwei auf dem rücken meine fresse naja das lehnt ihr auch viel zu schnell vorbei cobblestone wie ihr jetzt sehen ist ja wie minecraft hier und jetzt funktioniert alles super duper es hat gar nicht lange gedauert ehrlich gesagt nur eine halbe stunde bis wir uns gefunden haben mit server et cetera pipapo mexiko ja nur eine halbe stunde also das ist ja fast gar nichts in der heutigen zeit in gta und co gibt es da ja wo das ja neu erschienen ist auf ps3 und plattformer ich habe 29 koppels soll man auf dem schiff gehen oder ja nach oben gehen oder muss ich zuerst ne du musst jetzt zu mir immer auf die atavagen klicken und dann bin ich bei dir okay gut verstanden 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 jetzt müssen wir wie kraften wir hier ist das inventory warte ich weiß nicht mehr wie kraft geht D F G C ist eigentlich logisch aber eigentlich auch nicht ne also gut ich hab keine konflug kann mit Ich habe einen Campfire gemacht, wie das denn? Ich habe auch mal einen Campfire gemacht, aber meins stelle ich in meiner Bude auf. Ist ja wie Forest irgendwie. Wieso hast du deinen Campfire wie mit mir in der Bude aufgestellt? Wollen wir hier zu zweit eins haben oder wie? Also hier ist sein eigenes Schiff. Da müssen wir ja beschissen reisen. Ne, wir können auch alles auf meinem Schiff machen. Ja, ist ja irgendwie besser. Ja, okay, machen wir das alles hier. Okay, einen Campfire haben wir schon mal. Damit können wir dann nämlich Essen grillen. Das wird schön. Und wir müssen jetzt zuerst noch... Achso, man kann hier nicht mal mit dem... Wir brauchen jetzt mal den Wooden Crafting Table. Ich mache mal Wood Planks 20 Milliarden Mal. Okay, mach mal. Dann brauchen wir so ein Wooden Crafting Table. Ich oder was, du? Wooden Crafting Table. Wenn du die Wood Blank machst? Wenn du die Wood Blank machst? Ich habe keine Kohle, aber ich kann es irgendwie machen. Das heißt, man soll das Kohle irgendwie... Sollen wir es hier so platzieren? Ja, stellst du einfach da hin. Ne, da hin nicht. Eins weiter, eins weiter, damit man Platz sparen. Hier hin. Ich muss ja erst die Fenster irgendwie auseinanderziehen. Nein. Hier, mit Blick... Eins weiter, nein weiter, nein weiter nach rechts. Rechts. Ja, genau. Aber noch mal keinen Blick mehr auf das... Auf... Außen. Nach außen. Hä, wieso? Na, ist dir scherz egal. Äh, so. Wieder C drücken und wir haben hier natürlich sehr viel Auswahl, muss ich schon sagen. Kannst auch I drücken dann, ne? Wir können eine A wie ein Fleck bauen. Naja, super duper. Auch erstmal Wooden Planks wieder. Quest completed. Well done. Using the crafting table will give you access to a wide range of new receipts. Das Wort kann ich nicht aussprechen. Recepts. Collecting, full and visiting a range of plants in a best way to find resources. Keine Ahnung, was er gearbeitet hat. Wir haben Kohle, keine Ahnung, Essen bekommen. Und wir müssen uns auch irgendwie einrichten. Äh, mit Nahrung, weil wir können ja sterben. Und ich würde sagen, wir holen uns irgendwie mal was vom Boden oder wir craften. Nein, wir brauchen, wir müssen Monster töten. Eigentlich, wenn wir einen Bogen nehmen, droppen die immer Monster vielleicht. Deswegen würde ich sagen, bauen wir uns mal einen Bogen, oder? Ja, am besten, oder? Ja, Vogel, du Kackvogel. Hab ihn getroffen. Oh. Ja, hoho. Meins, meins, meins. Ich werde ihn schön haben. Ich werde ihn haben. Nicht Ruhe, nicht Ruhe, nicht Ruhe. Fuck, hier öffnet man die Scheiße. Ah, mit E. Ja, ich hab's. Es ist E für die Gemeinschaft. Es ist E für die Gemeinschaft. Hast du was ich übersehen? Es ist Pixel. Es ist aber so ein... Ein Double Jump? Ja, es ist ein Double Jump. Nein, ich hab ein neues Schwert. Ein Stich, oder wie? Ja, der macht sehr viel Schaden. Also, Wasser ist sehr viel, aber... Wir sind auch immer noch in der Alfa oder Region, glaube ich zumindest. Aber wir haben ja... Ich geh nochmal kurz zurück aufs Schiff. Okay, dann gehst du mal auf das Schiffchen und ich hol hier mal... Und guck mal, wie viel... Oh, jetzt hab ich ihn schon gefunden. Ist ja super. Wir brauchen Plant Fiber oder Plant Fibre oder keine Ahnung, wie das heißt. Ja, Pflanzengedöns. Pflanzen, Pflanzen. Am besten mit dem Schwert hier. Nee, das gibt's ja nicht mit dem Schwert. Wo bist du da? Gibt's auch so kaputt? Ich hab keine Ahnung. Nee. Also, der Hulk kann hier nichts. Das grüne Monster kann nichts. Das sind so Ranken wie in Minecraft. Ah, du musst es mit deinem Matter Manipulator. Nein, das ist nur Rice Seed, was ich gerade geholt hab. Äh, Monster? Geht's dir noch gut? Ah. Guck mal, weißt du, wie viel Schaden ich mach, oder? Also, ich... Äh, nee. Keine Ahnung. Gut. Alles easy. Falls wir... Äh, bevor wir am Sterben sind, machen wir mal lieber, ne? Damit man, ne? Blendfiber. Klar. Hast du? Ich baue ab. Hier, guck mal hier drüben. Ich baue ab. Guck mal, Iron Bar, Silver Bar. Komm mal zu mir. Also nach links. Ja, aber ich baue kurz noch das Ding ab, weil das zittert, das zittert, äh... Das zittert, äh... Neun... Neun Ranken hab ich gewonnen. Ich hab Silver Bar, Iron Bar... Du findest das Zeug. Drei Bomben und Rotten Apple. Bomben, dann wieder Hallo, tschüssi. Ne, das Projekt kann jetzt schon leicht gefährlich werden, hab ich gehört. Also ich geh mal... Hast du Fucken dabei? Oder können wir Fucken craften? Ich glaub, wir... Ja, du hast Fucken von Anfang an dabei. Ach, guck mal an. Äh, wie öffne ich mein Inventor? Mit E, ne? Mit E. Inventory. Ach so, ja. Ist natürlich logisch. Ist englisch. Wusste ich auch. Ja, ja, ja. Wusste ich auch, aber... Weißt du, weil... Woll dich nicht verraten. Weil ein paar Mengen... Games ist ja auch TAP und so. Ja. Assassin's Creed Unity zum Beispiel oder... Dallas Cross, Skyrim, etc. Ey, wo hast denn du die her? Haha. Ich hab sie mir doch gerade gecraftet, wo wir oben waren. Na, ich hab doch gesagt. Die Auswahl hatte ich noch nicht, aber okay. Dann... Geh ich kurz aufs Schiff und crafte mir das Ding. Mach einfach... Du brauchst dann Wooden Planks und... Ähm... Einfach Cobblestone. Deswegen hab ich mir ja Cobblestone geholt. Ich hab 20 oder so im... Im Inventar. Aber okay, dann hol ich das Ding noch einfach mal. Scheiß Ohre hier. Fick de Kacke. So. Gut. Also, ich kurz... Kurz aufs Schiff hier, ähm... Auf dein Schiff muss immer nachgehen. Back to Beam. Und dann hier, äh... Am, am Ding hier, äh? Na, am Ding hier. Da musst du hin. Wooden, Wooden, Wooden. Hast du Plant Fiber jetzt, oder wie du siehst? Ja. Soll ich... Machst du mal einen Bogen? Ich hab... Wo hast denn du das herbekommen, das Plant Fiber? Also, was hast du da abgebaut? Die Ranken... Die sehen aus wie Ranken. Ach, diese lila, ne? Genau. Soll ich zwei Hunting Bows machen? Ja. Und ganz viele Bandagen. Oh, das kann ich gar nichts mehr machen. Wie viel hab ich überhaupt? Irgendwie in den Inventar. Sieben Bandagen. Wow. Ist ja echt Knorke. So, die irgendwie auf die Null. Keine Ahnung. Und Steinchen. Was haben wir hier überhaupt? Zeppling. Wir müssen ja auch bauen. Wir müssen uns ja auch, äh... Dirtblock... Wau. Inventar. Ne, das schließen wir. Ähm. So. Kann ich die Sachen irgendwie ein... Ah. So. Soll ich hier mal auf deinem Schiff, äh... Ne Farben anlegen? Ja. Kannst du machen. Warte, dann kann ich... Gebe ich dir noch ein paar Seeds. Von mir. Äh. Jetzt muss ich noch... Hier. Ja. Ne, muss ich wieder runter... Ah. Menschenskinders. Stonehole. Also, die Hakel. Hast du... Hier. Ach, das kann ich hier oben draufstellen. Also kannst du, glaube ich, auch unten draufstellen. Aber ich muss zuerst das Ding hier be-beflühen. Für die Sachen, die ich äh... Haben... Machen. Ne, ich kann das nicht draufstellen. Ich will das bei dir draufstellen. Ich hab ja hier so die Sachen, die muss man... Oh, fuck it. Ja, okay, gut. Ach, hier haben wir noch so ein Ding. Ich glaube, da wachsen Bäume draus oder so, wie groß das ist. Ich habe aber keine Ahnung. Zeppling, Zeppling, ja, aber nur Setzlinge. Und die drei, was auch immer das war. Ich habe auch noch hier, das hier, oder? Ach, Weed. Ja, Weed, Weed. Stimmt, stimmt. Das wäre eigentlich Weiz. Das wäre besser. Habe ich das im Inventar? Ah, fuck it, ey. Inventar ist I, nicht E. Zuerst einmal hier den Bogen. Ey, Bogen, nimm. Nimm, so. Wie kann man denn Sachen rauswerfen? Mit Q. Cool. Habe ich auch rausgefunden. Du findest heute sehr viel raus. So. Kommt mir überhaupt noch hoch? Das ist ja echt scheiße für einen Linkshänder mit dem Rechts. Scheiße, die haben wir an. So, ähm. Oh, Mensch, Kinders. Ich will doch nicht. Ich will nur hier hoch. So, endlich. Ja, ich gebe dir gerade Sachen. Auf hier unten hin. Also, die Ranken kannst du gut behalten. Tu mal, äh, unser Zeug, tu ich mal an meinen Chip logger. Da kannst du ja, hast du ja auch Zugriff drauf, weil wir ja in der Party sind. Genau. In der Party, in der Haus, in der Party. Soll ich schon mal, oder wollen wir mal zu einem anderen Planeten vielleicht? Ähm, wir brauchen zuerst Kohle. Ja, habe ich. 16. Und ich baue auch noch was. Ähm. Tu es mal rein ins Schiff. Okay. Puh. Also, wir können jetzt fahren. Weg fliegen. Mir ist egal. Nee, der Planet ist eigentlich schön, oder? Ist ja sehr grün, muss man zugeben. Ja. Ähm, warte mal. Ich will noch was bauen. Ähm, ähm, so, so, hier. Zack. Ähm, ähm, wo sind denn hier die Stairs? Genau, hier. Die will ich noch mal ein paar bauen. Und dann machen wir uns eine Schlafkajüte ersten Maßes. Denn, der kommt so hier hin. Soll ich irgendwas holen von unten, oder so? Äh, äh, Rohstoffe wären gütig. War's das so? Holz? Nee, Kohle, Eisen und was auch immer es hier noch im Universum gibt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es hier gibt. Es ist ein Rätsel für mich und wahrscheinlich auch für dich auch. Ähm. Hast du vielleicht für mich mal... Ach so, kann man das so? Sehr schön. Hast du vielleicht für mich... Äh, fünf Wooden Planks? Wooden Planks? Ich craft noch kurz Wooden Planks und dann können wir... Ähm. Oder leg doch dein ganzes Zeug mal hier rein. Da können wir dann immer... Also, so wie Truhen in Minecraft halt. So. Ja. Das waren's auch nicht fünf, aber... Ich geb mich mal damit zufrieden. Hey, das waren's 50 oder so. Nein, 50. Ähm. Also, gut. Wo sind hier die Treppen? Ich will keinen Tisch, ich will Treppen. Meine... Oder Plattformen oder wie die auch heißen. Kann man gut auch... Die Pflanzen brauchen bestimmt Licht. Ähm. Du bist sicher. Ähm. Das ist die Frage. Brauchen Pflanzen Licht? Das ist wirklich die Frage. Brauchen die Licht? Keine Ahnung. Jetzt können wir schlafen. Ich will mal rein. Mit E oder wie? Ah, ja. Ja. Gut. Hättest du die Bände nicht nebeneinander bauen können? Das wäre romantischer. Ah. Fertig gepennt. Und mit Shift runter? Nee. Hä? Wie kommt man runter? Ein Ding ausgerüstet? Äh, 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 ja. Äh, Spitzhacke, dann Dört, können wir ruhig. Ich hab noch ein Setzling. Soll ich den oben reinschmeißen? Oh, der Bogen ist geil. Wenn man richtig cool jagen geht. Ich gehe noch kurz nach oben. Denn ich hab noch Setzlinge vergessen. Ach, scheiß, die waren da nicht. Das ist ein Kackding. Inventory. Ich hab mit Bogen zertragen. Zip. Zip. Jetzt geh ran, du Olle. So. Ich hab noch zwei Setzlinge. Die Sachen, also. Wißt du, du mit dem Ding, wie hieß das überhaupt? Äh, mit dem Setzling noch ausprobieren. Oh Gott. Du hast da hier nur einen gesetzt. Ich weiß nicht. Mit 10. Hilfe, ich krieg drauf. Ich krieg aufs Mal. Ich krieg aufs Mal. Ich krieg aufs Mal. Ja, ist doch super so. Nee, du bist noch, du hast noch volles Leben. Heilige Scheiße. Ach so, okay. Ich krieg doch nicht aufs Mal. Aber ich hab schon viel Fleisch. Ähm, ich kann jetzt auf mein Schwert wechseln. Mit der zwei. Aber wie kann ich auf den Bogen wechseln? Na, da wo du den Bogen halt drin hast. Guck mal, ich will mit dem Bogen killen die Viecherhilfe. Ich kann nicht mit, ich komm nicht mit dem Bogen. Ich kann nicht auf den Bogen wechseln. Na, einfach vier. Ich hab's jetzt auf der vier. Ich hab's auf dem, da wo ich, äh, links hab ich also das Schwert, also das blaue Fenster und rechts, das rote, hab ich mit dem Bogen. Aber ich kann nicht auf den wechseln. Ja. Na drück doch einfach mal die Taste, wo der Bogen drauf ist. Kann ich nicht. Hä? Strange. 7, 8, 9. Ey, du hast doch grad einen Bogen in der Hand gehabt. Ist das Schwert? Ich muss immer zuerst ins Inventory gehen, oder wie? Nö. Hä? Rechts ist... Aber ich geh... Ja? Okay. Okay. Ich brate mal ein bisschen Fleisch, okay? Super duper. Ähm, ähm, naja, nichts brauche ich eher gesagt weniger. So. Ah, so jetzt. Okay, ich hab's so gelöst, dass ich auf der Eins das Schwert habe und auf dem Links, äh, den Bogen. Hast du gut gelöst. Fuck, die Wanne, das, das Vieh ist beschissen. Hui. Ich hab irgendwie gar keinen Hunger mehr, du. Ich flog gerade. Hui. Also, Hunger eher weniger. Okay, wo bist du? Ich geb dir mal ein bisschen Futter. Links war... Also, ich bin nach links geflogen. Ja, ja. Okay. Ist ja nicht so, dass man hier irgendwie... Das sind pupsende Sachen hier. Ich hab'n Miet bekommen. Ich hab'n Mietklotz. Ja. Warte, ich geb dir mal gebratenes Fleisch. Warte. Wow. Geil. Äh. Oh, bisher Safety. Ah, ich hab das jetzt selber gefressen. Das können wir mal natürlich auch machen, aber... Mit Kuh, bitte. Sollte man doch nicht, ne? Wow. Quest completed. Ja, ich hab' irgendwas bekommen. Jetzt noch ein... Hast du schon einen Ofen gemacht, demnach? Musstest du ja. Nein. Wir müssen doch nur Dings machen. Ne? Äh. Lagerfeuer machst du das? Guck mal, wie schnell. Ja, aber ich baue hier... Ja, das hätt' ich mir auch machen können. Scheiße, stimmt. Ich bin ein Doofgob. Warte, ich helfe dir. Habe ich überhaupt jetzt das Dingens hier? Ähm. Ne. Guck mal, da oben ist so ein Typ drin. Da wollen wir den besiegen. Hast du, äh... Der sieht stark aus. Noch so ein... Eine Holzachs dabei, oder wie? Ich hab' ne Axt dabei. Aber ne Steinachs. Oh, oh. Kreissägen. Mein Lieblingshobby, oder wie? Der sieht gefährlich aus. Ich will angreifen. Ui, oh, oh, da heisst... Ah, oh, da heisst aber richtig rein. Hab'n tot gemacht. Ui, und ich hab' den Scheiß bekommen. Oh, oh, ich ahne schon. Ich ahne schon, scheiße, beschissene Sachen. Geh' einfach rein. Cool, hier ist noch was drinne, was mir Angriffsschaden macht. Medikit. Chefjagel. Ich hab' schon was zu bedürfnis. Aha. Und Kopper. Ach, scheiß drauf. Bauen wir das Ding raus. Wir brauchen noch Kisten. Mit E, bitte. Da ist man mit E. Oh, oh, oh. Ne Antenne, ne Antenne. Hui. Jetzt geh' mal hoch. So. Für was brauchen wir ne Antenne? Damit das Schiff T-Waus-Signal hat. Ohne Witz. Keine Ahnung. T-Wa-D. Ich weiß doch das nicht. Wir wollen Skys sehen. Sky. Was sind das für, äh... Steine hier? Ähm. Small Tom Bricks. Also von Tube Raider, oder wie? Keine Ahnung. Ich hab' jetzt so ne Chefjacke. Die bringt mir was. Oh, das Weizen gedeiht. Äh, was wollt' ich mir machen? Äh. Kann man das hier irgendwo reintun? Ein Iron Bed. Für was? Ein Iron Bed? Kann man natürlich auch machen. Aber ein Holzbed ist doch so schön. So kuschelig und warm. Naja. Hm. Willst du meine alte Waffe? Ich hab' ne neue, bessere Waffe. Äh, ich, ich hol' mir... Nee, nicht so, nicht so. Das hier, ähm. Guck mal. Ich bin jetzt der Doktor. Ich kann dich verarzten. Hast du kurz Cobblestone noch? Ja. Warte. Äh. Wieso auch immer, ich hab' zu wenig. Ah. Danke. Tu das jetzt alles mal hier rein, was mir über ist. Stone Eggs. So das. Brauche ich. Wir haben vor... Furni... Wurnage. Aber nicht. Na gut. Ah, Quest completed. Jetzt müssen wir Eisen machen, oder wie? Ähm, so. Dekorativ würd' ich mal sagen... Tom Prick. Warte, ich will dir noch was geben. Lauf mal rein. Lauf mal rein. Oh, scheiße. Hm. Ähm, ich will dir noch was geben, damit du mehr Angriffsschaden machst. Okay. Guck mal. Hier. Da drüben war der Bock, Mensch. Ich glaub, du hast nämlich immer noch dieses komische Schwert von Anfang an, ne? Genau. Äh, aber wir... Können wir hier irgendwie Kisten platzieren? Oder, oder, oder so? Ja, kann man. Dann würd' ich mal sagen... Ach, scheiße. Muss ja hier, so. So, so. Ich hab alles hier bei mir. Schiff rein. Guck, da ist das ganze Zeug. Jupp. Und ich hab noch ein Upgrade für dich. Ah, wieso geht das Inventory leer? Äh, aus. Und dat, äh, wo können wir das hier? Ähm, nee. Hm. Hm. So. Kann man da machen? Smelten. Smelt. Also zum Beispiel hier die Ohre. Jetzt machen wir Iron Bars. Also Eisen. Die... Ja, guck mal hier, hier rein. Und nimm dir dann mal das Zeug raus, was hier drin ist. Oder? Copper Ohr. Iron Bar, hab ich ja schon so. Copper Ohr kann man doch noch schmelzen, oder? Genau. Ja, hast du dich mal genommen. Ähm. Er muss im Ding bleiben, oder? Äh? Ist limitiert fünf? Ich hab keine... Äh? Ich kann nicht mehr... Ach, weil die mir als eine brauchen? Ähm. So. Nee, du doofkopp. Einfach aufs Meldrücken, Link. Ja, aber, ähm... Die... Ach, die brauchen zwei für... Für ein, äh... Bar. So. Darum ging's nicht. Ja, wusste ich doch. Ja, wusste ich doch. Ich nicht. Ich bin ja heute... Hä? Ähm... Ah, quest completed. Oh, oh. Your ship engine... Ich hab noch nie eine quest completed. Ich hab schon... Zwei Milliarden Mal. Ist nicht, äh... Jetzt strong enough to take you beyond the Alpha Sector. Also, ihr könnt jetzt, äh, wechseln. Craft, äh, Disk Tress beaten. And maybe you'll be able to make contact with a larger ship. Hast du... Zuwählgeweise das Let's Play da von Starbound von Gronkh und Co. gesehen? Nein. Okay. Man muss hier, um in den nächsten Sektor zu kommen, so ein Kack-Schiff besiegen. Was muss man? Ein Schiff besiegen. Also, dass du dann irgendwie herlockst, indem du ein Districts Beacon baust. Und dafür brauchen wir, Achtung, Silberbars, Copperbars, Ironbars und Wooden Planks. Ich tu gerade Copper holen. Aber, ich denke, wir müssen schon noch stärker werden und auch Rüstungen haben, weil wir haben nur noch die Anfangsrüstungsgedöns. Nein, ich hab schon ein fortschrittlicheres. Achso, dann eben ich. Ich hab aber nur so ein Hemd, so ein fortschrittlicheres. Wieso bewahrst du einen verrotteten Apfel auf? Kann man immer mal gebrauchen, sowas. Ein scheiß Apfel. Diese Apfel ist klarer roten. Es hat sogar eine warm-wearinge. Okay, das kann ich mal. Willst du den wirklich behalten, Danny? Ich hab... Nee, können wir auch weg. Ich hab Spritzen bekommen. Oh, cool. Soll ich mal irgendwie ein bisschen aufreffen, weil hier unten ist noch eine Kiste. Ich glaube, ich mach das so. Warte mal, warte mal. So, haben wir alles hier. Geht da rein. Silber. Iron. Nee, muss man anders machen. So, zip, zip. Ey, weißt du, wie lange muss ich aufnehmen? Ja, wir nehmen jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde auf. Genau, 30 Minuten, 27 Minuten und vier Hundertstel. Was ist es? Ja, komm, die Folge können wir auch länger machen. Oder musst du irgendwie warten? Nö. Ja, weil ich hab unbegrenzte Zeit heute. Ich hab Lust. Und ehrlich gesagt, ich will weitermachen. Ich hab keine Ahnung, wieso. Irgendwie gefällt es mir. Und eine halbe Stunde für das Spiel ist ehrlich gesagt ein bisschen luschihaft. Also, ja. Und die Frage ist, wie lange oder wie regelmäßig... Ich würde dann trotzdem sagen, dass wir irgendwann aufhören. Wir können ja dann gleich weitermachen, aber... Ja, Parts, genau. Ja. Äh, wie, wie macht man eigentlich aus, äh, aus Dings... Ah, da ist schon ein Ding, was dabei ist, aber... Weed, wie macht man das? Das kann man nicht kochen, das kann man nix machen. Was muss man da machen? Muss man da an den Furniture... Nee, es meldet auch nicht hier. Hilfe, ich bin gefangen. Hilfe. Wie backt man Brot oder irgendwie? Ich hab ja jetzt... Ähm, ich glaub, der Planet ist doch nicht so ungefährlich. Komm mal kurz runter. Jupp. Ha, Hilfe. Ich bin da, ich bin dabei. Links oder rechts? Ja, ich seh hier irgendwas schon. Ich seh hier was kommen. Ja, was ist das? Hä? Ach, das ist so ein Pony oder was? Ah! Nee, ich mein, sind das... Tut das dir weh, wenn das drin ist? Ja, genau. Siehst du mein Leben? Wollen wir vielleicht mal in die Wüste gehen? Ja, Wüste. Das soll gut sein. Gut, 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 gut. Wüsste gut. Aber... Wüsste gut? Ja, für Rohstoffe. Aber wir müssen zuerst ein bisschen Rohstoffe haben, um da hinzukommen. Wegen Kohle und so. Nein, haben wir doch schon. Komm, geh auf mein Raumschiff. Komm einfach auf mein Raumschiff, vertrau mir. Okay. Gut, dann vertraue ich dir. Ich kann nicht. Ah, weil ich nicht... Ah, ah, jetzt, jetzt... Nee. Nein! Du stirb! Ja, genau, genau, das... Nein, du Kackschiff, du... Ey, scheiß hast du... Und zum zweiten Mal... Das verwirrt einem vollends. Oh! Ein Küken hier! Ein Küken! Ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm gleich. Ich bin nur tot. Jetzt bin ich auf meinem Raumschiff, dass das leer ist. So! So, ich geh mal vorne an die Steuer. Denn ich bin der Steuermann. Du hast 32, das reicht nie! Doch, das reicht. Doch, manchmal brauchen wir nur eins oder so. Aber woher... Mach mal genugs. Okay, ich sag nichts. Okay, ich hab... Weiß nicht. In der Kleinkist hier unten, neben dem Chipblocker, sind natürlich dann die wertvollen Sachen. Okay. Das sieht irgendwie bengstigen aus. Also hier ist... Wir können zum Mond... Oder... Das hier ist gut, das hier ist super. Oaaaaaaaaaaah! Jetzt? Hallo! Huhuhu! Ja? Ja? Der dreht sich ja nur... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! waaaaaaaaaaaaaaaa komm hier rein, mach die Türe zu. Dann fliegst du nicht mehr raus. Es gibt nur ein Ort! Es ist aber enorm lang! Was ist hier? Wie lange geht denn der Sache hier schon? Wir fliegen von Planet zu Planet, dauert halt nicht nur zwei Sekunden, sondern drei Sekunden. Super hier! Na gut, wir sind hier wohlbehöhnt aufgewacht. Ich hab Angst! Ich hab Angst. Ich würde dein Leben auch wieder aufladen. Nur zum sagen so. Komm, ich will runter. Runter, runter. Scheiß Planet. Okay, gut. Wie er schon abbaut wie so ein... Keine Ahnung. Man, richtig braune Erde. Ja, Sand nennt sich das. Das hier ist Sand. Ah, vergiftet, vergiftet. Oh, ich hör schon wieder. Das ist aber nicht Sand. Ich will wirklich Sand haben. Oh, cool. Hier vorne ist wieder so ein Gegner. Da kriegt man wieder coole Sachen. Ich will voll reingehen. Warte, warte, warte. Nee, volle Kanne, volle Kanne, volle Kanne. Ich kann nicht rein. Mit E. Mit E nehmen sie das Ding in die Hand. Nein, nein. Ich will auch. Ich will auch Stress. Ich will auch Stress. Ah, ich will auch Stress. Ich will auch Stress. Ja, mach du den. Ach, die Kiste. Hey, wir haben hier aber noch so ein... Da war ein Molotow, Pixel, noch eine Lampe. Also ich habe gerade 23 bekommen. Pixel? Ja. Und ich heil mich kurz. Ist auch noch ein super Feature hier. Ja, stimmt. Das könnte man mal machen. Habe ich aber keine Lust schon. Muss ich zugeben. Ich glaube... Wir holen uns mal hier ein bisschen was raus. Und ich würde ehrlich sagen, ich habe so Bock auf das Let's Play hier. Alle zwei Tage oder so. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Machen wir es noch. Weil ich habe unbegrenzten Upload. Und ich habe... Naja. Mit 60... Ja, bloß das Problem ist ja bei mir. Nicht bei dir. Aber... Aber ich denke... Du kannst dich über Nacht hochladen. Und dann... Naja. Keine Ahnung. Also ich will keinen Sand irgendwie haben. Du bohrst das schon nach... Nach Edelstein hier. Also es geht jetzt bei mir ganz genau schon 30 Minuten. Und sogar schon länger. 35 Minuten. Bei mir 36. Aber ich habe ja auch ein bisschen mehr aufgenommen. Ja. Ähm... Ich würde sagen... Das war es dann erstmal für Part 1, oder? Ja. Kann gut sein. Ich bin ja schon wieder am Kämpfen hier unten. Und ich habe wirklich mit der Steuerung noch ein bisschen Probleme. Weil Leertaste... Ja. Ich bin kein Rechtshänder. Und dann rechte Hand auf der Leertaste... Ja. Aber okay, liebe Freunde. Ich würde sagen, das war es fürs Erste. Und der Link... Danke fürs Zuschauen. Danke auch hier für... Wenn ihr es bis hier durchgehalten habt, dann... Seid ihr... Da baue ich mir weiter. Da baut weiter, der Typ. Das ist enorm. Ja. Naja, liebe Freunde. Abmutter retten. Wir müssen doch was schaffen. Boah, jetzt ist aber ganz schnell dran. Ne, wir freuen uns. Ich würde sagen, wir sehen uns dann... Beim nächsten Mal wieder. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Wann das ist. Oder wann auch immer. Aber es ist super duper, dass ihr das bisschen durchgehalten habt. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre natürlich wunderbar. Und der Link... Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach oben wäre natürlich wunderbar. Und der Link des anderen gibt es unten in den Kommentaren. Und auch auf let'splayer.ch zu verlinkt. Genau, liebe Freunde. Wir sehen uns. Tschüss. Genau. Und der Link des partners mit uns. Bis zum nächsten Mal. Ich hier Health und ein nemmer. Nichts zum nächsten Mal. Ich traur drauf. Chutес.